Vor einem knappen Monat versetzte Mojang die Spielerschaft mal wieder in Aufruhr. Snapshot 2431A fügte ein zuschaltbares experimentelles Feature ein, das die Angebote von Bibliothekaren und vom fliegenden Händler überarbeiten soll. Erstere werden deutlich eingeschränkt in der Vielfalt der Verzauberungen, die sie verkaufen können und zwar abhängig vom Biom, in dem sie sich befinden bzw. geboren wurden. Außerdem stapelt der Rabatt, wenn ihr einen Villager mehrmals von einer Zombie-Infektion heilt nicht mehr und Verzauberungen mit mehreren Stufen werden in mehreren Fällen nicht mehr in der höchsten Stufe angeboten. Das zog eine starke Reaktion nach sich, ehrlicherweise aber wohl in erster Linie aufgrund der Implikation für die Mending-Verzauberung. Diese wäre dann auf Bibliothekare in Sumpfgebieten beschränkt. Nur, dass dort keine Dörfer generieren, der Spieler müsste also dort selbst Villager ansiedeln. Mending ist ein nicht unumstrittenes Spielelement, das in manchen Hinsicht durchaus einen schädlichen Effekt auf andere Spielaspekte hat. Und deshalb glaube ich, dass Mojang diesen Weg weiter verfolgen sollte, vorausgesetzt sie folge ihm bis zu seinem Ende. Wenn sie das tun, ergeben sich nämlich einige Chancen, die Minecraft unterm Strich zu einem besseren Spiel machen könnten. Fangen wir beim aktuellen Zustand von Villager-Trades an. Einige von ihnen untergraben ein Kernthema von Minecraft, nämlich die Erkundung der Welt, insbesondere seiner Höhlen und dem Bau eigener Minen. Abgesehen davon, dass ihr Diamanten an genug anderen Orten bekommen könnt, verkaufen Villager fertige und sogar schon verzauberte Diamant-Items für kleines Geld. Ein einziger Rüstungsschmied kann euch mit ganzen Rüstungssets versorgen, das gleiche gilt für Waffen- und Werkzeugschmiede. Ergebnis hiervon ist, dass normale Diamanten praktisch überflüssig geworden sind und nur ihre Block- und Erzformen noch für Bauzwecke interessant sind. Und wenn ihr genug Lesepuls-Spam betreibt, geben euch Bibliothekare fast jede Verzauberung, die ihr euch wünschen könntet. Das alles ist, bevor wir einbeziehen, dass der Wert von Smaragden drastisch schwankt. Schmiede geben euch einen Smaragd für einen Diamanten und da das Erd in den meisten Biomen weitaus seltener ist und nur in Einser-Adern spawnen, ist das noch eher billig. Die gleichen Villager geben euch aber auch für vier Eisenbarren einen Smaragd. Nach der Logik sind vier Eisenbarren also gleichwertig mit einem Diamanten. Aber das ist etwas, was man vermutlich mit ein paar Zahlendrehern lösen könnte. Ebenso wie der etwas überzogene Nerf auf die Stufen der Zauber, die Villager in Zukunft anbieten sollen. Ich verstehe, wenn es keine Max-Level-Bücher sein sollen, aber dann sollte es zumindest nur eine Stufe darunter sein und nicht zwei, wie es aktuell bei Schärfe und Effizienz angepeilt wird. Komplexer ist das Problem, dass Mending einführt bzw. löst. Diese Verzauberung macht die Reparatur von Gegenständen mit dem Amboss komplett überflüssig. Und das ist streng genommen eher zweifelhaftes Game-Design. Wäre Mending noch so selten wie früher, wäre es etwas anderes, aber wie gesagt, seit 1.14 könnt ihr einfach Lesepulte spammen. Dennoch ist es völlig verständlich, dass die Leute Mending nicht aufgeben wollen. Amboss-Reparaturen waren noch nie wirklich attraktiv, weil sie harte Grenzen hat, ab denen Items irreparabel werden. Eure Items haben also eine begrenzte Lebensdauer und das hat man immer im Hinterkopf. Also ist nicht unbedingt Mending zu gut und allgegenwärtig, es fehlen gute Alternativen. Für mich ist deshalb ganz klar, dass die Prior-Work-Penalty, die dazu führt, dass wiederholte Reparaturen immer mehr XP kosten und später ganz unmöglich werden, zumindest für reine Reparaturen komplett entfernt werden muss. Die eigentlichen Rohstoffe, die man investiert und im Fall von Diamanten nicht mal erneuerbar sind, sollten der wahre Preis sein. Generell ist fraglich, ob PVP überhaupt einen Mehrwert hat, da es in Zeiten von Mending auch nicht mal annähernd verhindert, dass Leute ihre Items perfekt verzaubern können. Oder warum man Leute, die dafür einen längeren Weg gehen, überhaupt dafür bestrafen sollte. Allein diese Änderung würde dazu führen, dass Mending nicht mehr so eine absolute Notwendigkeit wäre. Es würde auch bedeuten, dass Elijah ohne Mending nicht mehr eine begrenzte Lebensdauer haben, da man sie unbegrenzt mit Phantom-Membranen reparieren könnte. Was wiederum Phantome etwas weniger sinnlos machen würde und ganz ehrlich, die Viecher brauchen wirklich mehr Dinge, die ihre Existenz rechtfertigen. Generell sollte man dabei noch darauf achten, dass die Reparatur eines Items nicht teurer als ein komplett neues Item ist. Das betrifft vor allem Schaufeln, aber auch Neverride-Items. Neverride-Barren werden im Amboss genauso behandelt wie alle anderen Rohstoffe. Aber selbst wenn ein Barren für eine volle Reparatur reichen würde, wäre er immer noch besser genutzt, um ein ganz neues Item zu craften, das sich dann auch separat verzaubern und gegebenenfalls danach kombinieren ließe. Hier würde es Sinn machen, die Reparatur stattdessen mit Neverride Scraps zu erlauben. Selbst mit diesen Änderungen werden die Spieler sicher nur ungern wieder auf Amboss-Reparaturen zurückwechseln, aber es wäre nicht mehr so ein großer Rückschritt und es wäre wesentlich erträglicher, wenn Mending dann mehr ein langfristiges Ziel wäre. Wenn wir dem Amboss, wo wir schon mal dabei sind, etwas geben wollen, was Mending nicht kann, könnten wir nochmal auf den Reparaturpreis schauen. Gerade wenn die Reparatur günstiger-Items auch günstiger wird, wird es in Kombination mit dem Amboss-Bonus schnell zu einer Überreparatur kommen, wo Haltbarkeit verschwendet wird. Aber das wäre kein Problem, wenn Items auf diese Weise im Rahmen einer normalen Reparatur auch über ihre normale maximale Haltbarkeit gepusht werden könnten. Selbst mit der aktuellen Verfügbarkeit von Mending wäre das interessant, uns zum Beispiel die Flugzeit eines Elytra vor einer längeren Expedition zu maximieren. In früheren Spielphasen könnte man so Eisen- und Diamantwerkzeuge, die ohnehin erneuerbar sind, komprimieren, um Inventarplatz zu sparen. Aber das alles ist nur, um die größere Seltenheit von Mending zu kompensieren. Mojang muss auch an Villagern selbst arbeiten und auch dabei könnten sich interessante Möglichkeiten ergeben. Zunächst einmal besteht ja nun die Erwartung, dass wir eigene Dörfer anlegen sollen. Damit hätte ich kein Problem, wäre der Transport von Villagern nicht so ein absoluter Krampf. Diese Leute besitzen den Selbsterhaltungstrieb eines besonders suizidalen Lemmings und deshalb bereue ich es jedes Mal, wenn ich ihnen das kleinste bisschen Freiheit einräume. Einmal habe ich extra darauf verzichtet, die Villager einzusperren, nur um später festzustellen, dass sie allesamt der erstbesten Pillager-Patrouille zum Opfer gefallen sind, weil Villager von zu Hause bleiben und die Tür schließen so wenig hielten wie Querdenker von Corona-Maßnahmen. Villager sind wie Mr. Magoo, nur ohne das Glück. Mit Mojangs Haltung zu bedrohten Tierarten im Blick scheint sie seltsamerweise kein Problem damit zu haben, dass Villager als menschenähnliche Wesen geradezu danach schreien, versklavt zu werden. Es ist nicht bloß ein Meme. Das Spiel fördert es zwar auch nicht direkt, aber es bestraft dich an jeder Ecke, wenn du es nicht tust. Das hat jetzt nicht unbedingt die unproblematischste Aussage, auch wenn ich nicht so weit gehen würde, Mojang-Kolonialismus-Verherrlichung oder sowas vorzuwerfen. Dennoch wirkt es etwas doppelzüngig, wenn Sklaverei die optimale Spielweise ist, aber man dann gegen Server mit realistischen Schusswaffen vorgeht. Dem einer etwas smarteren Villager-KI wäre es schon praktisch, wenn man Villager, deren Vertrauen man erworben hat, bitten könnte, dem Spieler freiwillig zu folgen, statt sie für Reisen immer in Boote oder Minecarts verfrachten zu müssen. Was Handelspreise angeht, könnte man ein paar zusätzliche Möglichkeiten bieten, um den Heilungsnerv auszugleichen. Villager könnten ihre Lebensumstände einbeziehen. Zugang zu einem Bett, Bewegungsmöglichkeiten unter freiem Himmel, Größe des Hauses, vielleicht schätzen sie sogar bestimmte dekorative Blöcke wie Bücherregale. Bonuspunkte, wenn das berufsabhängig ist. Spieler werden das natürlich optimieren und es wird die üblichen Trading Halls für Items, die man in Masse handelt, sicher nicht ersetzen, könnte aber eine Alternative für die Berufe sein, von denen man ohnehin nicht so viele Villager braucht. Und dann kommen wir noch zu den Chancen, die sich aus biomspezifischen Handelsangeboten ergeben könnten. Hier gibt es eine Menge Potential, wenn Mojang größere Ziele als nur einen verkappten Mendingnerv hat. Bibliothekare in Ancient Cities könnten eine garantierte und erneuerbare Quelle für Swift-Sneak-Bücher werden. Wäre ein Anreiz, einen solchen Ort zu erobern und zu besiedeln. Kleriker könnten ihren Rotten-Flesh-Trade und gegebenenfalls auch andere durch Skulk-Items ersetzen. Fischer in Ozeanmonumenten könnten Schwämme verkaufen, auf die ich aktuell mehr aufpassen muss als auf Diamanten. Und dann gibt es noch die Möglichkeiten, die die anderen Dimensionen bieten könnten. Abseits von Glitches mit den End-Gateways gibt es nicht wirklich einen Grund, Villager dauerhaft im Nether oder End anzusiedeln. Aber was wäre, wenn manche Berufe dann ihre Angebote anpassen würden? Für den Nether hätten wir ein paar offensichtliche Dinge. Smragte werden als Handelswährung durch Goldbarren ersetzt. Farmer-Villager könnten Nether-Warzen statt Weizen von euch kaufen. Stonemasons könnten statt Terracotta Obsidian, Wein des Obsidian, Blackstone oder Nether-Ziegel anbieten. Und was in beiden Dimensionen sinnvoll wäre, wären Kartografen, die dann Entdeckerkarten für Bastionen, Nether-Festungen und Endstädte anbieten könnten, wie sie es in der Oberwelt bereits der Ozeanmonumente und Woodland-Mensions tun. Hier hatte 1.16 meiner Meinung nach eine Chance verschenkt, wobei wir durch die zufälligen Piglin-Trails dann vielleicht ein Problem mit Kartenspam gehabt hätten. Speziell für den Nether fände ich es auch sinnvoll, wenn Villager und Piglins in irgendeiner Weise interagieren würden. Das ergäbe insofern Sinn, dass Villager einfach ohne Zufallsfaktor mit Piglins handeln könnten und von ihnen auch erfahren, wo sich die Bastions und Nether-Festungen befinden. Und spätestens wenn es zu einem End-Update käme, könnte man sicher auch für Villager im End ein paar sinnvolle Mechaniken finden. Das Farmer Chorus-Früchte kaufen, ginge aber sicher jetzt schon. Das hier könnte potenziell ein Polishing-Update sein, von dem die Spieler noch gar nicht wussten, dass sie es wollen. Und den Spielern die Dinge zu geben, von denen sie noch gar nicht wussten, dass sie sie wollen, ist die große Kunst. Mojang wäre absolut dazu fähig. Ob es ihr Ziel ist, einen kontroversen Nerf wie diesen mit potenziell interessanterem Gameplay zu rechtfertigen, weiß ich aber nicht. Diese Firma hat in den letzten Jahren in einem Atemzug weitgehend großartige Updates von 1.13 bis 1.19 veröffentlicht, nur um in anderen Features wie Glühwürmchen und die neuen Birkenwälder unter völlig fadenscheinigen Begründungen zu streichen, gab uns dann aber in Update 1.20 Kamele, um die niemand gebeten hat. Und Fakt ist, nach so langer Zeit, in der Mojang scheinbar kein Problem damit hatte, dass Mending seine Wirkung entfaltet, darf man etwas mehr Mühe erwarten, wenn sich das jetzt ändern soll. Uns bleibt nichts anderes, als diese Entwicklung weiter zu beobachten. Aber bitte Mojang, macht es richtig oder lasst es ganz sein.